Sie läuft und läuft und läuft, die NDR Talkshow. Heute zum 750. Mal und das muss gefeiert werden. Wie, das erzählen uns jetzt die Gastgeber, die wunderbare, einzigartige, schlagfertige Barbara Schöneberger und der charmante, kluge und Frauenverstehende Hubertus Mayer-Burkan. Jeder für sich ein Knaller, gemeinsam ziemlich durchgeknallt und genau das macht die Sendung mit dem Dream Team so ein. Warum habe ich denn keinen Hund geschenkt gekriegt?